Jeder Morgen beginnt mit einer neuen Aufgabe. Und mit einer Tasse Kaffee in meinem Kundendienstwagen. Ich bin da, um anzupacken. Als Servicetechniker sorge ich bei unseren Kunden vor Ort dafür, dass der Fuhrpark zu jeder Zeit in Topform und einsatzbereit ist. Ich gehe Fehlern und Störungen auf den Grund und beseitige sie. Wir Servicetechniker warten, prüfen und reparieren Kommunalfahrzeuge und Maschinen, damit diese laufen. Es ist schön, wenn Kunden zu Freunden werden. Service ist Teamarbeit. Zusammen sind wir besser. Beutelhauser ist mit sechs Kommunalstandorten in Bayern und Thüringen ein langfristiger Partner im kommunalen Nutzfahrzeuge- und Gerätebereich. Beutelhauser ist mein sicherer Arbeitgeber. Warum nicht auch deiner? Bewirb dich jetzt unter www.beutelhauser.de 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 www.beutelhauser.de